Hallo liebe Community und willkommen zum FIFA 13 Match of the Week hier bei Bebas Playtime. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum kommt das Video am Mittwoch? Ich habe es am letzten Freitag, den 20.09. einfach nicht mehr geschafft, das hochzuladen. Und dann war das Wochenende auch sehr stressig. Und ja, jetzt habe ich es heute hochgeladen, bevor es dann am nächsten Freitag, also am 27.09. das nächste Spiel gibt. Dieses werde ich auch wie gewohnt am Freitag spielen und dann auch direkt für euch hochladen. Ja, in diesem Sinne legen wir los und ja, mal sehen, was passiert. Wir spielen ja immer Borussia Dortmund. Nein, da, Dortmund. Okay, wir spielen Borussia Dortmund gegen Spartak Moskau. Ist wahrscheinlich ein sehr interessantes Spiel. Man merkt, man hört im Hintergrund vielleicht die Geräusche von dem Herrn, der Spartak Moskau spielt. Ja, und da wollen wir nochmal gucken. Oh, der Ball war gut. Der war schön drin, reingezirkelt. Man sieht es nochmal hier, schön gemacht und zack. Und drin ist das Bällchen. Ja, dann wollen wir nochmal loslegen. Ja, gegen Spartak Moskau habe ich noch nie gespielt. Zwei Mannschaften, die in etwa eben 40 sind. Ja, da kann man glaube ich, Manni, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das wird ja spannend werden. Ja, da hat er mich gut weggegrätscht. Ja, das war abseits, ganz klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ah, Foulspiel würde ich mal sagen. Aber leider nicht. Boah, da haut er mich aber weg. Schade, den Ball vertindelt. Doch jetzt hat er ihn. Schade, 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 schade. Und der Ball, oh. Schön geklärt von meinem Abwehrspieler. Hey, leck mich doch, mein Gott. Er fault mich und dann kriege ich, kriege er Vorteil. Ich glaube es nicht. Mann, 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 hier. Schön, Weidenfäller, schön gehalten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und direkt nach vorne, komm. Schön, Weidenfäller, schön raus, schön gepflückt, den Ball, schön runtergepflückt. Und das macht er richtig gut. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Großkreuz. Lewandowski. Ah, Mann. Schade, aber jetzt, von nach... Oh, da hält er den Ball. Da hält er den Ball. Da hält er den Ball. Ja, so kann es weitergehen. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Lewandowski. Und Achtung, genau hingeschaut. Das... Ja, ich bleib immer in den Abwehr reinhängen, das ist doch nicht zu glauben hier. Und da machen die Russen das Tor, 26. Minute. Gut gespielt, gut gespielt. Sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Lewandowski. Mit diesem Ballverlust bringen Sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Gut gemacht. Ah. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und da... Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Gibt's doch gar nicht. Und jetzt haben sie die Chance. Schön, beiden Fehler. Diesmal hat er ihn. Schön, 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 schön. Schade, das wäre schön geworden, wenn der reingegangen wäre. Blinde ist Verständnis hier. Zwei kam von dem Ballbesitz. Jetzt sind die anderen alle vorne. Schaus, wer im Konter. Jetzt aber. Ein teurer Pass, das kommt, die gefährdet wird. Sovon abgezogen. Oh, schönes Mittel. Ah, komm, hau den Ball da raus. Los. Man, 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 man. Ist das hier eine anstrengende Partie heute. Oh je, und das ist erst die erste Halbzeit. Da ist doch keiner. Da war er falsch gepasst. Da hat er falsch gepasst. Da hat er falsch gepasst. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich, ich komme da einfach nicht durch. Und das ist die Halbzeitpause. Spartak Moskau führt gegen uns 1 zu 0. Und ja, hier sehen wir es. 58% Ballbesitz. 42% für uns. Und in diesem Sinne machen wir einen kurzen Break und sehen uns dann zur zweiten Halbzeit wieder, wenn es heißt, willkommen beim FIFA 13 Match of the Week. Spartak Moskau gegen Borussia Dortmund. In diesem Sinne, bis gleich. Tschüss. Excuse me.